Wo sollt ihr gehen? Nach Bulgarien. Und was da? Arbeiten? Na, arbeiten lassen wir in Deutschland. Ey, Neuer. Und, warst du schon mal auf Montage? Für die Jungen Geld zu verdienen. Und, bisschen Schlitzrohr? Die ist komplett verrückt geworden, oder gut? Habt ihr schon mal an die Einheimischen gedacht? Ja, nur. Deswegen bauen wir ja ein Wasserkraftwerk. Ja, wie gibt's das schon? Immer einen Anschlag, einen Mittelansprecher. Ja, genau, genau. Hallo. Kokosche Polerot? Äh. Gut, gar nicht, Frau München? Germane! Ja, genau. Brauch und zwei, brauch. Wie geht's mit dem Mann? Wie soll ich sagen, dass du jemanden mit dem Mann? Es ist gut. Ich habe ihn mit mir. Ich habe ihn mit dem, was. Aber wie geht's mit dem? Warum nicht in der Waffe? Ich bin der Waffe. Ja, ich bin der Waffe. Ja, ich bin der Waffe. Ich bin der Waffe, aber ich bin der Waffe. Ich bin der Waffe. Ich bin der Waffe. Du kannst nicht einfach selbstständig was abdrehen. Wir haben ja was zu schaffen, was zu erreichen. Baradis! Ja, glaube ich. Ja, toll, Brat. Ich liebe dieses Dorf. Kennst du kein Heube? Ich liebe dieses Dorf. Ich liebe dieses Dorf. Ich liebe das Dorf. Ich liebe das Dorf. Ich liebe das Dorf.